Musik Während Sie sich zu Hause in Deutschland über den ersten Schnee freuen, freuen wir uns hier über die nächste eWTN-Sendung. Hier in den Büroräumlichkeiten von eWTN Vatikan arbeiten unsere Kollegen hier drin schon bereits mit Hochdruck daran, dass unsere Sendung heute Abend wieder ein voller Erfolg wird. Ab 21 Uhr wird Sie meine Kollegin Angelika Dose auf der Dachterrasse begrüßen mit spektakulären Gästen, unter anderem Guido Horst von der Tagespost, ein ausgewiesener Vatikan-Experte und Paul Metzlaff von der AFJ. Schalten Sie ein, dann wissen Sie mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017